Ja, liebe Renate, liebe Schleier-Oel, wir bedanken uns für die Nominierung zur Cold Water Challenge im Namen der Freiwilligen Feuerwehr Niederöbland. Wir möchten gleich unsere nächsten drei Kandidaten nominieren. Das ist zum einen die Freiwillige Feuerwehr Öbland, die Freiwillige Feuerwehr Gößendorf und die Freiwillige Feuerwehr Raumberg. Das kalte Wetter haben wir uns ja ausgesucht für die Cold Water Challenge. Wir möchten aber nichts da trotz ein bisschen Werbung machen noch für unser Fest. Das, was am 13. September beim Club Sport Union Niederöbland über die Bühne gehen wird. Das ist eine Tragkraftspritzenweihe. Wir werden da unsere neu angekaufte Tragkraftspritzen einweihen und anschließend eine Top-Unterhaltung haben mit Top 4. Ich hoffe, es schaut vorbei am 13. September mit Beginn 18.30 Uhr im Club Sport Union Niederöbland. Ja, danke möchte ich auch sagen bei meiner Mannschaft, dass sie uns wirklich so zahlreich unterstützen jetzt bei der Cold Water Challenge. Danke möchte ich auch sagen an die Firma Zürbeck Transporte, die uns da ebenfalls unterstützt. Und ich würde auch sagen, auf Los geht's los. Zum Angriff fertig! Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020